Es sind weit mehr als die 500 erwarteten Demonstranten an die Flensburger Hafenspitze gekommen. Es sind viele, die hier ein Zeichen setzen und sich nach den Ereignissen in den USA solidarisch mit den Opfern von Rassismus zeigen wollen. Natürlich denken viele erstmal, was hat das mit Deutschland zu tun, was hat das mit Schleswig-Holstein zu tun. Aber Rassismus ist natürlich kein US-amerikanisches Phänomen, sondern es ist ein Phänomen, das wir hier auch haben. Und ich glaube, all die Menschen, die jetzt gerade hier sind, sind entweder davon betroffen und setzen sich dafür ein und sehen das Problem auch. Und ich glaube, deswegen sind so viele Menschen gerade da. Also mir persönlich ist es wichtig, einfach Solidarität zu zeigen und zu zeigen, dass man nicht mehr wegschauen sollte, wenn es um Gewalt gegenüber Schwarzen geht. Und ja, deswegen sind wir hier. Und auch die Polizeigewalt, die ganzen Videos, die man aus den USA sieht, sowas muss einfach aufhören. Also für mich ist das nicht zu ertragen, für mich ist das ein ganz emotionales Thema. Und die letzten Worte, ich habe mir die hier mal aufgedrückt, dieser Mann hat noch zuletzt nach seiner Mutter gerufen. Das ist so furchtbar und das nur aufgrund seiner Hautfarbe, nichts zu ertragen und einfach überfällig, dass es endlich mal so viele Menschen auf die Straße geht. Also mein Vater hat auch, er kommt aus dem Iran, also haben wir auch ausländische Wurzeln und wir haben auch selber Rassismus schon mitbekommen. Und ich finde die Bilder im USA oder aus USA, die sind einfach, ich weiß nicht, es geht einem richtig ans Herz und man möchte sich dafür halt einsetzen. Sich mit Rassismus auseinandersetzen, damit er irgendwann hoffentlich ganz aus den Köpfen verschwindet. So auch der Wunsch des jungen Organisationsteams, das den Protest in nur wenigen Tagen auf die Beine gestellt hat. Vor allem mir und Racki auch als Betroffenen des Rassismus, nicht nur in Amerika, sondern auch hier in Deutschland, war es besonders wichtig, das zu machen. Aber einfach auch der Solidarität zu Amerika, zu zeigen, sie sind nicht alleine, wir sehen sie, wir sind alle da, wir sind alle gemeinsam dafür da. Und wir möchten gemeinsam ein Zeichen setzen.